Frauen-Bundestrainer Wyck im Porträt, warum er beim BVB verhasst ist Der neue Frauen-Bundestrainer Christian Wyck war einst den Spieler in der Bundesliga aktiv. Dabei verärgerte er viele BVB-Fans, wer ist so gut wie Frauen-Bundestrainer Christian Wyck, als in dem März 2024 weit verbreitet wurde. Dass der 51-Jährige auf Interimstrainer Nestro Besch folgt, fragte sich der ein oder zusätzliche sorgfältig dasjenige. Dabei zählte der Coach in der Geschichte zu den talentiertesten Fußballern Deutschlands. In seiner aktiven Karriere schoss er nicht allerdings ein Treffer des Monats, er zog sogar eben diese Wut vieler BVB-Fans auf sich. Als Trainer feierte er vornehmlich mit der U-17-Nationalmannschaft Erfolge. Das ist Frauen-Bundestrainer Christian Wyck, der die das sei nicht je Karriere in dem Überblick. Aber der Rang hinter, Christian Wyck wurde an dem 9. Juni 1973 in dem bayerischen Werneck geboren. Seine Fußballliebe entwickelte er unter seinem Jugendverein DJK Genheim. FC Schweinfurt führte der die das ihm gehörende Ortskurve zu einem ersten über den ersten FC Nürnberg. Dort gelang ihm in dem Sommer 1990 der Verbindungsstelle von der U-19 in eben diese Profimannschaft der Klub-Ära. Mit 17 Jahren und 133 Tagen debütierte Wyck den drittjüngster Spieler in der Bundesliga. Im Mai 2023 sprach der heutige Frauen-Bundestrainer darüber hinaus der die das sei nicht je Uhrzeit in dem Nürnberg-Trikot. Es war meine getrennt erfolgreichste Uhrzeit und in der Folge eben sogar eben diese schönste Uhrzeit, erinnert sich der 51-Jährige. Mit seiner Verdienst unter den Franken machte er den FC Bayern München und Borussia Dortmund auf sich aufmerksam. Apropos Borussia Dortmund, mit dem Traditionsklub aus dem Ruhrpott verbindet Wyck eine restlos besondere Geschichte. Wie Christian Wyck unter Borussia Dortmund zu einem Bohmann wurde. In der Saison 1991 und 92 reisten eben diese Schwarz-Gelben an dem 31. Spieltag den Spitzenreiter in das Frankenland. In Dortmund träumte man von dem nächsten Meistertitel. Mit einem Triumph unter den Klub-Ära wäre der BVB diesem Vorsatz ein gutes Fragment näher gekommen. Doch eben diese Borussen preisgegeben dasjenige Waffengang und Christian Wyck hatte einen großen Verhältnis daran. In der elften Spielminute zeigte Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper hinter einer Wyck-Schwalbe auf den Punkt. Wenige Minuten bei späterer Gelegenheit erzielte der Stürmer zu einem Übel der Dortmunder sogar noch dasjenige 2 zu 0. Den deutschen Meistertitel holte Dortmund in der Saison nicht. Bis heute haben einige BVB-Fans dem 51-Jährigen selbige Partie nicht verziehen. Wenn ich in Dortmund einen Groobie treffe, werde ich noch darauf angesprochen. Es kann sogar noch vorkommen, dass ich deswegen beleidigt werde. Irgendwann muss doch aber eines Tages ein Generationswechsel stattfinden.